Sieh dir das mal an. Scheiß auf die Wolves. Schau jetzt. Wie sieht aus? Oh nein. Zertone? Alley. Hurt's ab. Hallo. Oh, Adrian Zertone. Fuck! Hey, ihr zwei. Der Eindringling ist weg. Was? Hast du was gesehen? Nein. Sichert das Dach. Ich suche hier drüben. Sicher, dass sie nicht auf der Straße ist? Habt ihr nachgesehen? Wie kommt sie da runter? Keine Ahnung. Wurde das gemeldet? Greg ist zum Capitol Hill. Er müsste jeden Moment mit ihm. Nicht. Antworten hier. Es ist Ashley. Jemand hat sie getötet. Schmeiß, was ist los? Mist. Wo steckst du? Nein. Hey. Boah. Ich will nicht. Lass los. Glaubst du, das sind alle? Das überprüfen wir nicht. Ich will nicht. Ja. Das war's für heute. 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 Scheint okay zu sein. Gut. Schau mal her. Sie gehört zu denen. Dann scheiß auf sie. Lies den Brief. Jordan. Isaac lässt uns für zwei Wochen beim TV-Sender Wache schieben. Skars wurden dort gesichtet. Skars wurden dort gesichtet. Holen wir uns. Holen wir uns Lea. Ja. Das war's für heute. 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 Als ich ihn aufgeschlitzt habe. Also. Was hast du mit ihr vor? Herausfinden, was sie weiß. Herausfinden, wo die anderen sind. Dann weitersehen. Willst du sie fragen, warum sie es getan haben? Ja. Erinnert dich irgendwas davon an das, was Joel über seine Vergangenheit gesagt hat? Hm. Nichts Neues. Wie groß ist die Chance, dass er was getan hat, von dem du nichts weißt? Groß. Er war... Er hat mir nicht viel gesagt. Ich frag mich, was Tommy von all dem fielte. Er wüsste sicher mehr darüber, welche Leute Joel verärgert hat. Hm. Ich frag mich, ob in diesen Gebäuden noch irgendwas ist. Irgendwas ist dort immer. Ja. 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 Oh Gott. Dina, frisches Blut. Warte. Hinter dir, hinter dir! Hab ihn. Sehr schön. Shit. Mein Herz rast. Mein Saum. Gut. Gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich halte Wache. Verdammt, was ist das? Not Bomber? Was ist das? Ich halte Wache. Hat es sich gelohnt? Ja. Gute Ausbeute. Ich kann die Gebäude immer noch sehen. Wie willst du das machen? Mal sehen. Ich halte Wache. 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 Ich halte Wache Wache. Ich halte Wache. Ich halte Wache. Hoffentlich nicht. Geh! Oh, come on. Hinter dir! Sieh aus! Hier drüben! Hier! Sieh! Siehste noch mehr? Noch nicht. Dann kriegen wir Lea allein. Wir sind ja mit von Infizierten. Wir brauchen nur eine Minute zum Reden. Du willst sie zum Reden zwingen? Wenn's sein muss. Wir brauchen nur eine Minute zum Reden. Ich kapiere immer noch nicht, warum wir uns zurückziehen. Es ist kein Rückzug. Wir sammeln uns. Es hat Monate gedauert, alles zu sichern. Die Chefs wissen, was sie tun. Wahrscheinlich. Wir brauchen eine Minute zum Reden. 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 Wow, da von! Lee, da los! Sie kann nicht weg! Vorsicht, vorsicht! Wo sind Sie hin? Wir verteilen Sie uns. Hörst Sie auf! Schieben. 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 Rheum. Schieben. Untertitelung des ZDF, 2020 Alles ruhig. Alles klar? Ja. Alles ruhig. Und jetzt? Wir müssen durch diese Kontrollpunktmauer. Die Gebäude sind auf der anderen Seite. Sieh dich um. Es muss einen Weg rübergehen. Gehen wir in den ersten Stock. Hey, hey! Hey, hier lang, glaube ich. Okay. Wir sind rüber. Und jetzt? Hey, Dina. Ja. Nimm meine Hand. Hey, dieses runde Gebäude. Sieht aus wie der TV-Sender. Ja. Komm. Ja. 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 Ja.